Was geht? Was geht denn bei dir ab Caspar? Du hast ganz leuchtende Augen! Du hast auch leuchtende Augen! Ja du hast auch leuchtende Augen! Alter und ich seh auch grad wie ich ausseh wie so ein Zombie-Baby! Wow! Alter! Dreh doch mal nicht so direkt so durch! Hä? Wo sind wir? Ja es sieht echt grad ein bisschen, auch die Lichter und so sind alle aus! Ja, irgendwas stimmt hier bei uns zu Hause noch nicht. Irgendwie ist auch das Wetter voll dunkel. Ich wusste doch, dass unsere Mutter gestern irgendwas in den Brei gemacht hat. Irgendwas hat die echt in den Brei gemacht, ne? Voll ekelerhaft. Lass mal gucken, ob irgendwas Leckeres im Kühlschrank ist. Oh, wow, ganz viele Hamburger. Warte, was ist im Kühlschrank? Was ist im Kühlschrank? Hier sind ganz viele Hamburger. Njam, njam, njam. Oh, lecker. Das sieht ja richtig gut aus. Nicht für dich, nur für mich. Du musst noch ein bisschen was essen, Alter. Du siehst ja voll verletzt aus. Das hast du eigentlich gemacht. Au, genau das wahrscheinlich. Du tust mir die ganze Zeit weh. Ja, ich weiß, ich tue echt die ganze Zeit weh. Das Ding ist, heute müssen wir herausfinden, warum wir so leuchten Augen haben und warum wir so schnell sind. Guck mal. Wow. Alter, ich bin voll schnell. Warum ist das so? Weiß ich auch nicht. Ich frage mich auch gerade. Hey, guck mal, was ist das denn hier? Was denn? Hier ist so ein Generator. Warte mal, kann ich den anmachen? Der Big Daddy Diesel Generator Pro Max. Was ist denn das für ein Name, hä? Warte mal, da kann man was reinfüllen. Vielleicht... Au. Oh mein Gott, du habst mich gekillt. Ehrlich? Du hast mich einfach gekillt. One hit. Okay, respawn. Tut mir leid. Vielleicht ist da irgendwas in den Türen oder was drin. Jetzt krieg ich die Tür nicht auf, weil dickes Ding davor liegt. Aber guck mal, das können wir nicht aufsammeln, hier diesen blauen Kanister, ne? Au. Hey. Ich schau dich weg, Kollege. Stopp. Stopp. Wow. Okay, also... Aber du willst dich nicht mit mir anlegen. Oh, was ist das denn hier? Guck mal. Siehst du was? Das für ein Ding. Was ist das? Lass mal gucken, was ist das für ein Teil? Was ist das für ein... Das ist eine Box, sieht aus wie ein Herz oder so. Das ist doch ein Fleisch... So eine Fleischbox oder sowas, oder? Was steht da drauf? The Dark Drink of Daddy. Hä? Okay, also ich glaube... Was ist das denn sein? Ähm... Was ist denn das für ein... Ich kann dir genau nichts sagen, was... Guck mal, hier! So ein... Ja, haut aber gegen! Äh! Ne, ich wollte auch gerade sagen, das ist so... So ein Bewegungsmelder oder sowas. Hä? Okay, also das... Was das für ein Ding ist, müssen wir mit mir jetzt anscheinend heute rausfinden. Also ich hab keine Ahnung. Ich könnte aber mal eine Runde mit dem Auto fahren, wenn du Bock hast. Und du auch eine Runde. Ich bin aber auch dabei, oder? Ich geh mal ganz kurz hier auf den Beifahrer sitzt. Hat das Ding genug Sprit? Ähm... Ich hoffe doch. Funktioniert das hier noch? Okay. Hast du den Schlüssel? Du musst den Schlüssel fahren, ne? Nee, 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 hab ich nicht. Wie geht das, wie geht das? Warte, der ist hier irgendwo in den Schränken drin. Ja, okay, aufmachen. Und hat das Ding genug Sprit? Wahrscheinlich schon, ne? Woll mal. Kann ich damit. Oh! Was ist das? Au! Was ist das denn? So ein Greifarm? Die Baby... Ey! So eine Greifzange. Du hast es kaputt gemacht. Oh, ich hab's... Ey, du hast meine Baby-Tang kaputt gemacht. Ey, ich esse das andere Ding. Sag mal! Rufus! Rufus! Rufus, geht durch! Aber bleib stehen! Rufus, geht durch! Wir sind zu zweit drauf! Ah! Ehm? Okay, komm, geh raus. Lass mal rausreiten. Ich wollte schon immer mal mit Rufus ausbrechen. Ausbrechen mit Rufus? Ey, der ist hier... Pass mal los auf! Der isst mir hier ein, zwei Sachen zu viel. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der zu viel ist, ne? Nicht so! Der kackt! Der hat immer... Er hat immer ganz schlimmer... Iiiiih! Der nicken Bauchhaufen! Er hat gar... Alter, wie sieht das bitte schon da unten aus? Wie dreckig! Rufus, du Kerkel! Ah! Runter, 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 ja! Oh Gott! Oh, ich bin... Oh nein! Oh Gott! Ich lösche dich! Ich lösche dich! Wo bist du? Er ist ins Wasser gesprungen. Bist du draußen? Er schwimmt gerade seine Bahn. Au! Okay, da bin ich! Guck mal, hier, was ich hier habe. Guck mal! Guck mal, er macht seine nächtlichen Bahn. Sag mal, wo ist er, wo ist er? Der Delfin! Rufus! Rufus, du schaffst das! Das ist wie ein Wal! Oh Gott, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ja, das ist jetzt aber noch nicht die Lösung unseres Problems. Wir müssen gucken, was wir hier noch machen können. Und was vor allem das für ein Ding war. Das viereckige ist. Äh, ja, ich glaub, das sieht auf jeden Fall... Was ist denn hier? Guck mal! Ich weiß... Was ist das denn? Guck mal hier rein, komm mal hier rein, in den Wäscheraum. Äh... Hier leuchtet was. Guck mal, was ist denn das? Das qualmt da so komisch. Das ist Baby. Ha! Ich hab's geg... Oh! Oh, mir ist ganz schlecht da vorne. Du musst ganz viel Milch jetzt erst mal trinken. Alter! Oh Gott. Ey, was mach ich? Was ist hier bei mir? Hä? Was ist hier bei mir? Du bist dick! Wow! Hä? Hä? Was ist mit dir? Wo bist du? Ey, Hilfe! Ah! Hä? Was machst du? Oh Gott! Was ist hier? Hör doch auf! Oh, ich hab grad... Oh nein! Ich muss keine Milch! Ich seh grad was! Was ist denn? Da oben, die Überwachungskameras! Unsere Eltern sehen uns die ganze Zeit! Äh... Ähm... Stellen die Küche in die Küche! Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee! Was ist das hier? Hä? Was denn? Guck mal! Was? Hier das Wasser raus! Und ein Fenster! Oh, aus welchem Fenster! Ist das denn... Stimmt! Stimmt! Einfach so! Okay, warte mal! So! Ihr müsst glaub ich die Kameras kaputt machen, geht das? Ja, lass mal probieren! Warte mal, ich spiele hier mal! Hast du irgendwas zum, hast du irgendwas zum, äh, davor schießen oder so? Hm... Warte mal, ich hab ne andere Idee! Ich hab ne andere... Du hast eben Milch getrunken und hast gesagt, dann bist du auf einmal durchgedreht, ne? Irgendwie, das war auf einmal ganz komisch! Okay, warte mal! Das heißt, ich glaube... Ich trinke jetzt aber richtig viel... Ich trinke jetzt ganz viel Alkohol! Wie? Mir kann... Mir kann keiner... Nein, ich vergeb' mich! Wo bist du? Wow! Was machst du? Was passiert mit dir? Wow! Was passiert mit dir? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Wie siehst du denn aus? Ich bin ein Zombie-Baby! Und wie siehst du aus? Du kackst ja alles voll, du bist voll fett! Ich bin voll fett geworden! Was mit mir passiert? Da ruft auch einer! Da ruft auch einer! Draußen! Wieso bist du so... Wieso bist du so fett geworden? Weil ich Milch getrunken hab... Was... Wie siehst du denn aus? Du bist ein Salamander! Oh... 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 Weg hier! Oh mein Gott, du zölnst das ganze Haus an! Was machst du?! Verdammt! 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 Raus, 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 raus. Alter. Alter, wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Was kannst du noch? Was kannst du noch? Lösch dich, lösch dich. Geht nicht, geht nicht. Oh, ich will das auch können. Wir müssen nochmal einen von so einem Ding anfinden. Ich glaube auch. Ey, was war das denn jetzt gerade? Hä, also was hast du denn gemacht? Du hast da... Nein, echt jetzt? Nein. Ich glaube, ich geh drauf. Dann komm raus, zeig, was du noch kannst. Nichts. Oh, Alter, du bist geplatzt. Ich bin geplatzt. Du bist einfach komplett geplatzt. Wie krass. Ey, wir müssen jetzt nochmal so ein Ding finden. Das ist doch jetzt hier irgendwo locker. Irgendwo ist es versteckt. Irgendwo hier. Ich guck mal gerade schon. Hier beim Rasen her. Auf dem Dach ist aber keins. Also draußen ist auch keins. Das heißt, es muss ja drin sein. Ich gucke mal auf den Dachboden. Im Dachboden wird es wahrscheinlich auch locker irgendwo sein. Stimmt, der Dachboden gibt es ja auch noch. Hier lang. Oder hier in diesem geheimen Raum hier. Oh, oh. Nee, hier auch nicht. Nee, nee. So, Dachboden mal ganz bisschen aufmachen. Ich komm da gar nicht ran. Wegwerfen. So. Ich komm da gar nicht ran auf den Dachboden. Ja, dann musst du hochspringen. Dann musst du hochspringen. Mach ich doch schon. Das ist hier die Ölheizung. Okay. Alter, das ist einfach original, dass das Auto brennt, ne? Ich weiß. Ich weiß, das ist gar nicht gut. Ich hab alles angezogen. Ich sag auch allen, dass du das warst. Ja, ich hab's auch bekommen oben. Okay, sehr gut. Und, ist da was? Äh, ich guck kurz. Ja, ja, ja. Also, ich probier es auf jeden Fall gerade hochzuklettern. Da ist eine Flasche Alkohol. Boah, okay, also, äh, hier ist gar nicht Staub, aber kein so'n Ding. Mann, wir müssen das finden, wie sehe ich überhaupt aus? Ja, lass mal unten gucken. Und zugemacht. Boah, Alter, wir haben ja alles aufgeräumt. Guck mal. Du musst alles aufgeräumt. Ja, sieht das nicht wieder gut aus? Was machst du denn da oben? Bist du auf dem Dachboden, oder was? Ich komm grad runter. Warte, ich komm mal. Okay. Alter. Oh nein. Oh nein. Nein, ich hab so... Wow. Hast du es gesehen hier? Alter, dein Kopf. Jo. Der sah ganz ungesund aus. Der sieht ganz ungesund aus. Ich bin ein ganz schlimmes Baby. Okay, komm, wir müssen weiter. Wir müssen so'n Ding finden. Vielleicht tauchen die auf einfach irgendwo auf. Auf einmal aus dem Nichts. Stimmt, du hast recht. Okay, wo bist du denn da? Hier in der Küche ist eins. In der Küche? Ja, hier ist so ein Ding. Und das lebt auch. Unter dem Babybett, das ist ein Zeichen. Äh, oh mein Gott. Okay, hast du was zu trinken? Hast du was zu trinken? Äh, wo kann ich Alkohol finden? Ja, oben. Da kamst du doch grad her. Deswegen warst du doch oben, oder nicht? Nein, ich war oben auf dem Dachboden. Ach so. Okay, warte, ich guck mal ganz kurz. Hier steht noch eine Flasche. Hier steht noch eine Flasche. In der Küche. Jetzt bin ich, jetzt bin ich schon oben. Jetzt hab ich hier schon mal den Daddy's Drink. Na gut, na gut. Und was muss man machen? Einfach komplett gedrückt halten, trinken und dann da rein. Okay, weil wir trinken jetzt gleichzeitig gedrückt halten. Drei, zwei, eins. Jetzt. Oh. Und jetzt musst du rein stucken. Und. Jetzt rein stucken, Kasper. Hey. Oh, Grein. Was machst du? Du hast mich weggeschleudert. Du Assi. Ich will das werden. Ich will zum Dämon werden. Mann, ich wollte jetzt zum Dämon werden. Jetzt bist du das Dämon, Baby. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, du siehst so gruselig aus. Ich mach den ganzen Füscherle. Alter. Alter. Ich hab mir richtige Bremsspur. Wo bist du? Zack. Du bist ja nur am rumkacken. Weißt du was? Ich sag den Eltern, dass du das hier warst. Was kannst du noch machen überhaupt? Als Dämon, Baby. Hör mal auf, die Sachen einzusaugen, sonst stirbst du gleich wieder. Nein, ich sterb davon nicht, vom Einsaugen. Natürlich. Vom Feuerding sterb ich. Oh Gott. Alter. Komm hier. Aua, 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 aua. Sag mal, du bist so ein blöder Bruder. Lauf doch nicht vor mir weg. Ich muss dir das mal angucken da. Zeig mal. Du bist das nicht. Hier, die Bremsschuhe auf dem Boden. Die ist das nicht. Ganz leicht nur. Okay, also. Wow. Das ist ein normales Baby. Oh mein Gott. Das ist ein normales. Alter, du schwebst auch. Du bist auch am schweben. Lass mal in den Keller gehen. Lass mal in den Keller gehen. Okay. Na, wenn ich die Sachen esse, werde ich quasi verrückter. Ach so. Ah. Alter, du siehst aus wie so ein Dämon einfach. Wie so eine Schlange. Oh hier. Alter, ich jetzt die ganze Platten. Oh mein Gott. Du bist voll grün. Wow. Nicht anzünden. Wow. Oh Gott, verdammt. Oh mein Gott. Und du hast... Alter. Das Gym brennt. Ja. Hör auf jetzt. Ich muss nicht stoppen. Ich muss nicht killen. Ja. Oh nein. Hör auf. Nein. Hör auf. Nein. Hör auf. Au. Du bist ein böser Bruder. Mir ist heiß. Ja. Oh mein Gott. Was bist du für ein Vieh? Was bist du für ein Zombie? Ah. Ja. Geh drauf. Ja. Ich bin geplatzt. Ich bin geplatzt. Ich gewinne. Leute, das war eine krasse Folge. Werde es sich überrascht. Wenn ihr euch noch mal ein Like oder ein Abo oder wollt ihr mehr Folgen? Fahrt am Simulator mit Brocks zu sehen? Dann schreibt mal ein Hashtag Ja in die Kommentare. Du bist immer gewaltig. Ich komm mir denn jetzt von diesen meinen Videos aus und guck die bis zum Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Da würde ich stark. Bis dann. Und ciao, ciao.